So ist es eigentlich immer so laut. Das macht der Strahl irgendwie gar keinen... äh... keinen Krachen, keinen Lärm. Ah, ich weiss nicht, so ist er bald aus. Ist nicht so ganz so gut. Ist einfach ein bisschen zu schmal. Es gibt glaube ich noch einen Zweier-Strahl. Vielleicht ist es dann besser. Hier war mein erster Tod im Hauptspiel. Weil der Server gelegt hat. Das war ja natürlich ein Verkaufsstart dann. Und die Server waren überlassen und so. Genau. Und der spammt einfach mal drei von diesen... mit Threaten und mich dann getötet. Meinen... äh... meinen ähm... Demon Hunt. Der war extrem offensiv. Was ich auch ein bisschen sehr beschuldig. So wollte ich mich... wollte ich spielen mal. Immer so. Es macht viel mehr Spass, wenn man es sieht. Der trifft mich nicht mehr. Das ist viel zu leid. Ich habe es gerne zu leid. Weil ich einfach durch will und... dann entfernen und mehr Spass haben. Und ein Build. Ja, von den Endbossen bekomme ich meinen Unique. Das glaube ich das erste Mal oder das ist es immer. Nice. Der ist ja mal Hammer. Einfach mal um 13 geringere Leblanforderungen. Fett. Das kommt mein Lieblingsakt. Da können wir ein bisschen langsamer... durchgehen. ELECTRIFY. ELECTRIFY. Illusionist. Sonst nichts. Also Hydra... äh... Blizzard. Blizzard ist ein geiler Zauber. Der nehmen wir anstatt dem Mithriten. Den nehmen wir anstatt dem Mithriten. Wir setzen solche Zauber-Säuser nicht ein, momentan. Ähm, wir müssen hier auch... Ja lass mich jetzt. Gut, danke schön. Mal schauen. Mal schauen. Na ja. Mal schauen. So. Ah, das ist schon besser ohne Phipps. Aber es leckt ein wenig, habe ich das Gefühl. Nein. Was ist das da oben? Die ist schon da. Die macht noch nichts. Das ist die Mystikerin. Die ähm... Das ist ja gut. Den PTR kann man Gegenstände verändern. So wie Stats und so. Wenn man zum Beispiel drauf hat. Pickup Radius. Und man braucht es nicht. Das wäre Verschwendung. Dann kann man das entfernen. Und irgendwelche Nerys rein tun. Zum Beispiel kritische Trefferchancen. Alles sowas. Recht gut. Und dann kann man auch Mockerifizieren. Das ist so ein... Moment an der Items... Ding. Das Designs. Also wenn ein Helm euch nicht gefällt. Und ihr müsst es trotzdem tragen. Oder wollt es tragen. Dann könnt ihr das aussehen dem Game. Okay. Was ist denn das? Das sind wahrscheinlich die Effekte. Von diesem Zauber. Von diesem Zauber. Mach's verschwürt. Oh, die Schnaps. Das ist schon viel besser als diese Pfützen. Die sahen so verrestlich aus. Die sahen wenigstens noch etwas aus. Auch wenn sie extrem unrealistisch aus sind. Die Hetra braucht mal einen Upgrade. Das macht irgendwie nichts, wenn sie so lanzen müssen. Die haben auf dem untersten Schwierkeitsgott schon zu viel Leben. Die Schmau ist auf Offensiv. Und trotzdem kann ich die nicht. Schmau mal Töp. Was ist denn mit diesem Vogel los? Oh je. Irgendwie hat der Vogel irgendwas vergessen. Um es immer wieder zurück zu... Das ist eigentlich immer bei den Schneegebieten so Kartenhallen muss. Geht's nicht ein bisschen... Wenige. Es verfriert ja hier. So wie die Salsi. Kommt wieder so ein Fresser. Die da oben müssen nachher... ... 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 Der Charakter ist so extrem langsam, das mag ich auch irgendwie nicht. Aber ja, das sind ein paar kritische Punkte. Aha, hier oben. So, das wird wieder das. Na. Steig schon. Gut. Oh, jetzt kommt wieder eine blöde Quest. Die Erricht ist so lange gedauert. Na ja. Ich bin nicht fett, ich bin rund. Ich bin kuckoo rund. Ich bin nicht fett, ich bin nicht fett. Ich bin nicht fett, ich bin nicht fett. Ich bin nicht fett, ich bin nicht fett. Ich finde es schade, dass man keine Cologne mehr bekommt.